Die Fides Humanitas Stiftung verteilt seit April nach ihrer erfolgreichen Caretypen-Aktion in Lübeck, nun alle 14 Tage Sandwiches und Wasser an arme Wohnungs- und Obdachlose Menschen. Soll ich das nicht so schnell raus gehen? Ja, wenn du das auch mal. Soll ich das nicht so schnell raus gehen? Das war's für heute. Musik Musik Während der Sandwich-Aktion fand auch das Hansekultur-Festival in Lübeck für drei Tage statt. Es bildete einen extremen Kontrast zu unserer Aktion für die Armen ab und bestätigte krass unser Motto, Armut geht alle an. Musik 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 Vielen Dank.